Die größte Prozentschance, dass wenn du tot bist, dass du Schutzengel wirst, du musst das aber timen mit dem Schild. Also du kannst über jemanden ein Schild machen, dass der nicht gekillt werden kann. Das musst du aber timen mit dem Kill. Also, das hält nur so zwei Sekunden oder so. Das heißt, du musst perfekte Timen werden. Ja, doch, ich hab schon mal mit Rolls gespielt. Und der Engineer kann, glaub ich... Aber ich kenn nur Tracker und Noisemaker nicht. Noisemaker? Hab ich gar keinen Plan, was das macht? Frag mich nicht. Okay, dann bin's nicht nur ich. Dann nehmen wir den, komm! Tracker kann halt jemanden sozusagen anvisieren oder ihm halt ne Wanze anstecken oder so. Und dann sieht er die Person auch, wo sie ist auf der Map und sowas. Oder wenn sie tot ist, glaub ich, dann kriegt man auch einen Sound oder so. Ah, ist ja lustig. Ey, man kann ja auch einstellen, wie lange die Leute im Vent sein dürfen. Im Wind? Ja. Ne, Engineer kann ja auch wenden. Das ist das mal normal. Ne, ist das mal analog von mir. Also dieser Engineer kann auch wenden, ja, ja. Ja, pscht. Bruder mach mal, Nina mach mal die Spürnase rein, das wär cool. Dann haben wir wenigstens eine so... Was für eine Spürnase? Ich hab's auf Englisch. Also Tracker. Tracker wahrscheinlich. Okay, warte, ich kann ja mal... Aber wir sind ja nicht so viele, dass ihr zu viele Rollen reinmachen kann, oder? Ne, ein Tracker und gut. Ja, also wir haben letztes Jahr zu fünft alle Rollen gespielt, also... Okay, okay, okay. Geht schon. Also es gibt ja auch noch die All-Rolls-Mod, da gibt's noch viel mehr Rollen. Shapeshifter ist doch so Austausch mit jemand anderem, oder? Ja, aber das kannst du nur als Imposter. Achso, okay. Soll ich die auch adden, oder? Warte, ich mach jetzt erstmal... Ja, du kannst auch machen. Guardian Angel, Tracker und... Was ist das denn? Ey, es kommen ja auch demnächst noch mal neue Rollen dazu. Hey, Leute, wir spielen jetzt mit Mords. Soll das auf 50% Chance bleiben? Geil! Ja, ja. Ja, ja. Das ist schon gut. Das wird richtig cool! Oh mein Gott, wir sind komplett überfordert jetzt gleich. Überforderung startet! Oh mein Gott! Könnt ihr mal mit den drei? So, äh, Killcooter und trotzdem hochdrehen? Oder? Ja, und MF? Warte mal meinen Kanal abonnieren, Leute! Nicht vergessen, Kanal abonnieren! Ja, jetzt mal 45, da 35 Sekunden. Das Phantom war ja neu, ne? Das konntest du in die Wolke machen, konnte wegrennen und sich dann in den anderen... Du wirst, ne... Du wirst unsichtbar nur. Ja, ja. Oh, sogar unsichtbar, das ist auch cool. Ja, ja. Hast du schon abonniert? Sehr geil! Walla! Hallöchen, bin neu auf dein Kanal! Hallöchen, was geht? Das macht so eine Wolke. Schön, dass ihr hier seid, ihr Lieben. Ich, nicht, beim ersten Kill von Mörder war ja ich, trotzdem saß, weil ich kurz runtergelaufen bin. Naja. Hast du ihn gekillt? Nee, sicher nicht. Okay, dann hat ich dann, äh... Ich hab in der Runde nur Nina gekillt. Ah, und am Schluss, glaub ich, noch wen, meine ich. War, nee, zwar nicht, war... Aber ich hatte trotzdem recht, dass du es bist, weil du standest da schon so suspicious. Ich hab's gerochen. Ja, ich war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.